Und damit Willkommen back zu einem etwas längeres Video heute. Heute geht die Reise nach Bayern geht es heute. Es war glaube ich die 7 bis 8 Stunden Fahrt mit dem Zug her. Ich kalt es jetzt schon. Auf jeden Fall haben wir es noch ein bisschen hell. Ne, ein bisschen dunkel haben wir es hier auch noch. Das ist der Bahnhof hier. Die erste große Station wird sein Würzburg. Da fahren wir 2 Stunden hin. Danach geht es mit dem IC nach München. Von München geht es dann nach Traunstein. Von Traunstein geht es dann dahin wo man dann das Ziel für den heutigen Tag hier, ist dann auf jeden Fall dann schon erreicht. Hat da übrigens kein Licht hier. Das ist hier der komische Busbahnhof hier, wie ihr hier sehen könnt. Natürlich alles hier in die Erde kommen. Nichts mehr modern, nichts mehr wird gemacht hier. Da hinten haben wir so einen kleinen Netto hier, wo immer die Säufer stehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich im Zug. Bis gleich. Jetzt sind wir auch schon in Würzburg angekommen. Jetzt geht es dann gleich weiter mit dem IC hier, der dann von hier hinten kommt. Und das ist mal der Hauptbahnhof hier. Und das ist mal der Hauptbahnhof hier. Mann, das ist ja riesig hier. Wir haben nur so einen kleinen Scheiß hier. Der Bahnhof und der ist ja mega groß hier. München wird ja auch nochmal richtig cool hier. Na dann, bis gleich. Tschüss. 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 Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.